Hi, ich bin die Bianca. Ich arbeite im Forschungsbereich für Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der Technischen Universität Wien. Ich stehe hier am Karlsplatz, ein wunderschöner Park mit vielen Bäumen, vielen beschatteten Sitzflächen, auch großen Kinderspielplätzen und einem Brunnen, wo man wirklich entspannt im Sommer auch sitzen kann. Aber all das sind Freirurg-Qualitäten und Gestaltungselemente, die nicht einfach vom Hummel fallen, sondern die müssen wirklich gut durchdacht sein. Wir als Freiraumplanerinnen stellen uns genau diese Fragen, also auch die Fragen der Zugänglichkeit, der Beschattung, des Sicherheitsgefühls, der infrastrukturellen Ausstattung oder auch des qualitativen Städtebaus der umgebenden Gebäude. Wir stellen uns genau diese Fragen, geben die an die Studierenden, also an euch in Zukunft weiter und diskutieren die und auch in Forschungsprojekten thematisieren wir diese Fragen. Das heißt, bei uns geht es um ökologischere, klimafitte und für alle zugängliche öffentliche Freiräume. Wir versuchen, unsere Gewalten, unsere Städte, unsere Kleinstädte, aber auch unsere ländlichen Regionen zukunftsfitter zu gestalten. Ich habe einen sehr guten Tipp für euch. Inskribiert euch jetzt für das Studium der Raumplanung und der Raumordnung an der Technischen Universität Wien. Und das Beste dabei ist, ihr studiert es nicht alleine, sondern das Studium kennzeichnet sich durch zahlreiche Gruppenarbeiten und auch zur Verschneidung mit Architektur und Städtebauen. Ich wünsche euch jetzt alles Gute zu Madura, Gratulation und wir sehen uns dann im Herbst in Berlin. Bis bald!